Los, versteck dich schnell! Er kommt gleich! Nee, ehrlich, Fußballtrainer hat zu seiner Macht schon voll Bock. Auch wenn es schon ziemlich viel zu organisieren gibt. Der Lukas ist echt so ein Langschläfer. Guten Morgen, Zeit zum Aufstehen! Hey, Schlafmütze, raus aus den Federn! Morgen! Na, gut geschlafen? Ja. Also, heute werden wir Lukas überraschen. Der wird sich wundern, wer heute alles in seinem Mannschaftsbus setzt. Ah, dein Trainer ist da. Ja. Hi, Trainer! Hey, Lukas, wie geht's? Kommt noch jemand? Hey, Lukas, wie geht's? Alles klar? Hey, Lukas! So, wir sind heute deine Trainer, ja? Alle angeschnallt? Alle angeschnallt, Jero. Okay, los geht's! Alles gut? Alles gut! Hallo! Servus! Heute gewinnen wir, oder? Was tun wir euch? Gewinnen! Heute zu Null! Heute zu Null! Macht auch ihr euch stark für euren Verein. Mit etwas Glück könnt ihr den neuen TGE-Mannschaftsbus für einen Monat gewinnen. Einige Tage! Derckendes! 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 Einige, finde je die coatart darin,